Was ist die Religion für die Religion? Ja, es ist halt eine normale Religion, wie jede andere. Weiß ich nicht, weil sie vielleicht Angst haben, weil das fremd für sie ist. Man braucht ja immer jemanden, auf dem man hetzen kann. Und da die Grundstimmung in Deutschland wegen den Asylanten sowieso ein bisschen schlecht ist, heizt man dann nochmal nach. Ja gut, es ist halt, wer das gemacht hat. Und dann wird von den Medien ja oft, auch wenn es noch nicht gesagt wird, das war irgendein Moslem, aber das stimmt ja nicht immer.